Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute haben wir einen ganzen Schweine Nacken mit Knochen am Stück auf dem Grill gemacht. Dazu Schankneugs und Kartoffeln in Rotwein. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann bleibt er. Ja, heute werden wir erstmal das Fleisch einlegen, marinieren. Schweine Nacken 1,8 Kilo mit Knochen. Ja, dadurch denke ich, man bleibt es saftiger. Mal schauen. Und ich nehme jetzt einen anderen Löffel und zwar sind das jetzt 200 Gramm. 200 Milliliter. Die Hälfte ist jetzt ungefähr schon weg. Und ich nehme alles, was hier drin ist. Und ja, das ist jetzt Senf mit Estragon. Habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Sehr, sehr gut. Ich finde den sehr lecker. Und hier rein machen wir die 4 Knoblauchzehen rein. Ja, Knoblauch ist drin, ein bisschen verrührt. Also als Gewürz oder als Rapp werde ich hier Magic das nehmen. Habe ich mal bei Real gesehen einfach mitgenommen. Ja, das sieht man in vielen Barbecue Videos. Mal ausprobieren, wie es ist. Und jetzt werde ich erstmal den Braten hier mit dem ganzen Senf einreiben. Ja, Fleisch ist fertig. Mit Säf bestrichen. Jetzt das Gehöl nehmen. Ich habe das mal probiert, etwas süßlich. Passt eigentlich gut zum Schweinefleisch. Und jetzt nichts Besonderes drin in der Zutatenliste. Kann man wahrscheinlich sehr gut selber nachmischen. Aber ich wollte das mal ausprobieren. Und ja, jetzt werde ich das einfach großzügig, damit wir bestreuen. Und wenn ich alles habe, dann packen wir das in eine Alufolie. Packen wir das jetzt für mindestens 12 Stunden in den Kühlschrank bis morgen. Und will ich den morgen jetzt garen, überlege ich mir noch. Entweder ein bisschen räuchern oder mal schauen. Da habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht. Das lasse ich mir durch den Kopf gehen bis morgen. Ich glaube, auf den kleinen Go-Anyway-Grill wird er nicht passen. So hat sich das auf den Holzkohlegrill gemacht. Aber mal schauen. Ich denke mal, irgendwas wird mir einfallen. Ich werde das jetzt fertig bestreuen. Und dann mache ich noch kurz ein, wenn ich den eingepackt habe. Und dann sage ich mal, sehen wir uns morgen. Ja, das Ganze ist jetzt eingepackt. Kann man auch vokumieren. Aber so große Vokumierbeutel hatte ich jetzt leider nicht. Aber es ist auch nicht wichtig. Kommt jetzt für mindestens 12 Stunden bei mir, denke ich mal, ganz intakt in den Kühlschrank. Und morgen werden wir den grillen. Ja, Tag 2 oder eher gesagt Tag 3 ist heute. Eigentlich wollte ich das 24 Stunden drin lassen. Es sind jetzt fast 48 Stunden geworden, weil gestern konnte ich nicht das abgrillen, was dazwischen kommt. Ist aber jetzt egal. Es wird umso besser schmecken. Und dazu mache ich Kartoffel-Champignons. Dazu habe ich noch 2 Zwiebeln, paar Knoblauchzehen, Rosmarin, Thymian, Öl, Rotwein für das Fleisch, Salz, Pfeffer und geräucherten Paprika-Polver. Und als allererstes würde ich sagen, wenn wir das Fleisch in den Grill verfrachten. Das braucht bestimmt so eine Stunde und dann kommt die Kartoffel dazu. Und nach 2 Stunden wird das auf jeden Fall fertig sein. Also los geht's. Ja, hier habe ich ganz normale Aluschale und das ist ein Topf, untersetzt oder für die Fahne. Von Ikea ist aus Alu. Ich finde es perfekt für unser Vorhaben. Hier ist der Knochen, also ich komme das nach unten. Und ja, das ist schon mal gut. Und so kommt das auf das Gitter. Und somit liegt unser Brat nicht direkt in der Flüssigkeit, die da runter tropfen wird. Und wir werden gleich noch Rottwein reingippen, damit das nicht in dem Rottwein liegt. Also ich wasche mir die Hände und dann machen wir weiter. Ja, weiter geht's, wie gesagt. Jetzt gebe ich der Rottwein, wenn ich kein Alkohol nicht, dann in Flüssigkeit, Brühe oder auch einfach Wasser. Aber das Rottwein wird einreduzieren und später ein bisschen mit dem runtergetrockten Fett vermischen. Und dann, wenn wir die Kartoffeln und Champignons rechts und links drauflegen, wird das fantastisch schmecken. Und jetzt kommt nur noch der Thermometer rein und dann werden wir das auf dem Grill draufstellen. So schnell ging das eigentlich. Ja, ok, zwei Tage hat das gebraucht. Aber keine große Kunst jetzt. Weiter geht's. Die Champignons werde ich einfach halbieren. Die Kartoffeln schneide ich in dünne Spalten. Und dann werden die schneller durch. Also ungefähr so. Und die Zwiebeln werde ich einfach in Streifen schneiden. Und dann schneide ich jetzt alles klein. Dann würzen wir das Ganze. Und später kommt es einfach zu den Braten dazu. Ja, hier ist unser geschnittenes Zeug. Und jetzt einfach Knoblauch reinpressen. Nach dem Knoblauch zupfe ich einfach den Rosmarin rein. Ich hake den gar nicht klein. Also einfach abziehen. Dann etwas von den geräucherten Paprikapulver. Ungefähr zwei Löffel. Und natürlich Salz und Pfeffer. Ich gebe noch etwas Öl dazu. Dann vermisse ich das alles besser. Aber nicht zu viel. Das wird schon in der Soße schwimmen. Dann wird das zu fettig. Also Salz und Pfeffer. Probieren, ob das gut gewürzt ist. Und das war's eigentlich. Ja, das Fleisch ist drauf. Darunter habe ich einen Pizzastein. Ich habe nur rechts und links die Brenner in der Mitte aus. Auf niedrigste Stellung. So 160. Maximal 180 Grad erreichen wir damit. Am Anfang möchte ich nicht zu viel Gas geben, damit das Fleisch nicht verbrennt und innen drin noch roh ist. Am Schluss können wir alle aufdrehen und dann das knusprig machen. Oder mal schauen. Wie gesagt, eine Stunde werde ich den jetzt mal so lassen. Bis 50 Grad. Bei 50 Grad mache ich die Kartoffeln und Champignons mit dabei. Bis dahin. Ja, lassen wir den Braten in Ruhe. Den Thermometer muss ich tauschen. Bei dem, keine Ahnung, der geht nicht an. Wahrscheinlich die Batterien leer. Aber ist nicht schlimm. Wie gesagt, maximal 180 Grad. Deckel zu. Eine Stunde Abwarten. Ja, 50 Minuten sind rum. Und wir haben 21 Grad. Also es wird auf jeden Fall länger dauern. Und ich übergisse das ein bisschen mit dem Rotwein. Der fängt an zu verdunsten. Also alles läuft nach Plan. Jetzt werde ich ein bisschen die Temperatur hochdrehen. Minimal. Damit wir jetzt ungefähr so 180, 200 Grad hier drin haben. Und lasse das jetzt nochmal eine halbe Stunde in Ruhe. Und dann werden wir mal schauen, wie viel Grad wir erreicht haben. Ja Leute, das Fleisch sieht auch schon mal gut aus. Das hat jetzt 40 Grad. Und jetzt mache ich schon die Kartoffeln rein. Ich habe das schon ungefähr, das vierte Mal ist das jetzt, wo ich das übergisse. Schön mit dem Rotwein hier. Ich habe jetzt alle Brenner an. Auch den mittleren. Alle auf Minimum. Jetzt haben wir ein bisschen, oder brauchen jetzt ein bisschen mehr Hitze. Damit das fertig wird. Es ist jetzt 1 Stunde 20 vergangen. Und ja, ich verteile jetzt genau die Hälfte auf einer Seite. Und dann auf der anderen. Und zwischendurch werde ich, so jede 15-10 Minuten, einmal hier das Ganze mit dem Holzlöffel ein bisschen wenden, damit das alles schön von der Soße was abkriegt. Und ja, ich mache jetzt den restlichen Teil nach hinten. Dafür muss die Formdrehen, einen Topflappen holen. Und wir sehen uns gleich, wenn wir einmal die Kartoffeln wechseln. So sieht das Ganze aus. Gar nicht mal so schlecht. Und da sind jetzt wiederum 15 Minuten vergangen. Wir haben jetzt schon über 50 Grad. Also langsam erreichen wir das Ziel. Das ist hier schön am Brutzeln. Schön am Dampfen. Und jetzt rühre ich einmal hier ein bisschen um. Damit alles gleichmäßig gegart wird. Aber ich bin ein guter Ding. Die Kartoffeln sind schon etwas weich, aber noch hart. Das ist alles gleichmäßig fertig wird. Und ja, Deckel wieder für 15 Minuten zu. Und dann werden wir bestimmt schon 60 Grad haben. Und dann fehlen uns noch vielleicht 20. Das geht dann zum Schluss ganz schnell. Also Deckel zu. Und abwarten. Ja Leute, so sieht es aus. Jetzt ist es soweit. Wir haben 77 Grad. Die Kartoffeln sind gar. Ich zeige euch das mal. Die sind wunderbar. Man sieht, die Soße ist richtig sämig geworden. Also zähflüssig. Da hinten. Also ist es super geworden. Ich habe das ungefähr 5 Mal durchgerührt. Und das schmeckt schon fantastisch nach Rotwein. Natürlich fett. Und ja, schmeckt sehr gut wie das Fleisch. Keine Ahnung. Das werden wir jetzt zusammen probieren. Ja Leute, was machen wir jetzt. Wir probieren das Ganze jetzt. Wie gesagt. Die Champignons. Ein Traum. Obwohl die so lange drauf waren. Haben die noch Biss. Und sind etwas knackig. Die Kartoffeln haben wunderbar die Soße aufgesaugt. Wo sind so schon. Ja. Wie soll ich das so sagen. Probiert es aus. Und wenn es euch schmeckt. Dann sagt Bescheid. Und jetzt würde ich sagen. Schneiden wir uns hier. Mal eine Scheibe ab. Durch ist er. Auf jeden Fall. Und natürlich. Schwein merken ist immer saftig. Da wir das noch mit Knochen haben. Dann hat es. Das ist recht. Und jetzt. Und wenn es um Geschmack. Äh. Gespannt wie es schmeckt. Mit dem Rub. Das können wir genommen haben. Und ja. Auf jeden Fall sehr würzig. Und ja. Ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Leichte Süße. Da ist ja brauner Zucker drin. Passt wunderbar zum Schweinfleisch. Es ist gut gewürzt. Es ist nicht zäh. Was will man mehr. Das ist ja Schweinennacken. Und ja. Ich finde es ist auf jeden Fall was geworden. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen sage ich mal. Und bis zum nächsten Mal.